Hey Leute, willkommen zu einem Let's Play Stopp, 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 du musst schon eine Sekunde dazwischen Platz lassen, damit man den Button drücken kann Achso, okay, fast schnell, ja, das macht das ja nicht so oft, ne? Das ist kein YouTube-Stand Okay, jetzt, kann ich nochmal runterzählen? Ja, mach, mach 3, 2, 1, 0 Hey Leute, und willkommen zum Let's Play Tarly Terrace Tower mit Burp Ohare, Jojo, Jojo, Lucian und Van Uri Und Wüssig Jojo, 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 was geht Backe, Jo wurde der sweet bro Wir haben ihn gezwungen, den Turon Ja, aber der ist top, das zeigt das Ach, hier ist ne Leiter, clear 7-6 Zylinder Turbo, k scw Weißt du was? Brumm, 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 brumm Es kommt direkt hin was Pizza die kugel sicher ist die kugel sicher ist durch die pizza aber ist sie auch schrotflinten sicher wenn ich zuständig ich habe jetzt die kleine stöpselkanone ich möchte an der stelle darauf hinweisen dass ich derjenige bin der schon einmal ohne Traitor war unschuldig getötet worden du bist aber nicht unschuldig getötet worden kann man eigentlich durch den baum durchschießen können wir das testen durch was durch den baum hier warte ich steh mich mal auf die eine seite warte ich mach mit der glocke okay das ist fluty warte mal gut gut aber auch hier auch hier wäre noch jemand gewesen ja ich war noch da vor allem so joe war auch noch gegen Werfer alles springt direkt weg und verteilt aber meine 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 Waffe hat nicht nachgeladen ich wollte ihn eigentlich über den Haufen schießen aber immer hat das gedauert bin ich froh dass ich in meinem Feld brennen konnte ja hier wurde geschossen auf mich ja ich bin Preparing Hauptsache Panik Hauptsache Panik Hauptsache Panik Leute ich bin immer noch Preparing was 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 ja das ist manchmal der Fehler wenn man da ja Leute was glaubt ihr mir denn das ich hab kurz aber schreibe ich wo hier flog grad ne Granate rum oh ja ich glaub das sind die Ubisoft Server ich hab auch ne Smoke oh ja was 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 das ist die Ubisoft Server was lacht die denn grad ebenso irgendein scheiß Insider guck mal das hier war nuri das ist die Ubisoft Server da drinnen der ist der Server auf der Seite da drinnen das kommt ungefähr hin ja oh warte ey oh wow hey hey das war ne normale das war ne normale Disco ja ja rest gehen wir jetzt mal alle runter und lassen uns wer kommt mit mir in den Keller ja ich komm mit ich komm mit okay jetzt gehen wir an die rpg passkontrolle passkontrolle bitte alle Waffen ablegen also was sind alle Waffen ablegen okay da oben wird schon mal geschossen nein meine könnte jemand bitte hier die Traitor Tür aufmachen war Doring machst du mir auch ja Moment kann mich jemand reinlassen darf ich rein ne aber musst du nicht von der anderen Seite da rangehen nein kann jemand drücken ich füll rein siehst du doch wenn du ne Hand hast dann geht es ja ich komm ich komm auf der anderen Seite ich fühl mich hier nicht wohl Traitor mach die Traitor Tür auf ich füll rein bitte hier ist ne Sackgasse hallo jo hallo Shai ich will in den Traitor Raum kannst du bitte ausmachen warum bist du hier jo was machst du hier warum sind wir jetzt eigentlich hier runter gegangen bitte sag ich einfach was zum ganz einfachen Grund damit es interessant wird Traitor kannst du bitte öffnen Traitor kannst du bitte öffnen Traitor das ist mir zu doof ich bin wieder raus ja der Traitor halt eins gegen jemand mach doch einfach mal aus der schießt da ich einfach um euch zu verwirren macht auf mach auf da oben steht jemand ja raus mach auf mach auf mach auf ist das Interessante nicht eigentlich auch dass der äh dass der Traitor theoretisch auch von oben die Dinger aufmachen kann ne das geht nicht mach auf das geht nicht mach auf mach auf mach auf nur zur Info waren Ovi und ich sind oben ich wusste es ich wusste es ok ich hab Merp gehört wer ist es Merp hab ich gehört nö bin ich wer lebt jetzt noch naja du ich und Merp offensichtlich weil er gerade noch geredet hat und wer ist denn ich yo 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 hat yo hat die Flut yo hat die Flut gefunden der war unschuldig ok ich guck mal links also der einzige der hier oh ok hier ist yo die Flut äh wurde durch ne Schrotflinte gekillt ja das war Merp also mir ist ja der einzige der hier nicht mit rumrennt und der einzige der hier nicht mit rumrennt ja und andere nicht verdächtig na der ist garantiert im Traitorraum wo ist denn der Traitorraum irgendwo ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern aber ne ich geh da jetzt nicht noch rein mal hier nicht irgendwie warte mal wo war das denn au das war schlau das hast du gemacht bin wieder runter gefallen so ihr müsst doch die Leitern runter laufen ja wo ist der Typ denn jetzt Mensch Merp jetzt wird doch kein Mumpitz hier ach der das hier wieder unnötig spannend und ähm ich glaub Merp Merp freut sich noch Merp freut sich noch gerade ab dass er endlich mal Traitor aus und jemanden killen konnte ja und ich will Zeit es auch mal auskosten wie man ihn so schön auch provozieren kann dass er was sagt ja ach man ey ich hab dich gesehen du weißt doch dass das Cloaking Device scheiße ist warum benutzt ich das überhaupt noch ja weil ich dachte dass jetzt hier die Map groß genug ist und ich hab nicht damit gerechnet dass es der Jungs ausgerechnet aus der Tiefgarage rauskommt die Radar kaufen ja das Schlimme ist ich weiß nicht wirklich nicht ich bin ein bisschen unter Zeitdruck ne und ich wollte eigentlich gerade das Radar kaufen als der Jo mich da oben gefunden hat ach so ja ok das scheiß aber das Ding ist Cloaking die was zu tun ich würd's halt echt mit ner Sniper verbinden oder so ja stimmt weil da kann man vom Weitem drauf schießen ja deswegen ich hab ähm Cloaking Device und ne Sniper mir gekauft und ich wollte eigentlich warten bis ihr jetzt da auftaucht ne aber dann kam erst ewig keiner ich hatte nur noch eine Minute und hab mich dann in die Richtung bewegt und eigentlich wollte ich ja hinten in die Ecke laufen ja aber wenn du einen Inno umbringst bekommst noch 30 Minuten over äh 30 Sekunden Overtime das heißt jetzt zwei habe ich erwischt ne ja eben das jetzt das heißt jetzt eigentlich noch zwei Minuten gab das hat sich grad wie Siri angehört wusste ich halt nicht wie was irgendwas hat sich grad wie Siri angehört so dieses bbbbbb wenn man Siri starb hallo was möchtest du wissen von mir wer ist der Traitor wer ist der Traitor der Traitor diese Messe ist gut genug also ich weiß auch nicht wo der Traitor Raum ist keine Ahnung da wo wir standen vor da war der ach ja ich hatte irgendwo unten ja ich hatte diesen Space Shuttle hier mal oh fuck da hätte ich da reingehen können ja du hättest auch aufmachen können mir die Schuld zu schieben den hab ich mal besessen und zusammengebaut inklusive Station ja ich auch ich glaube ich sogar nur irgendwo wir hatten ganz viele so Lego Dinger ja also der Traitor ist diese Information ist leider nicht in meinem Speicher enthalten Siri ist heut ein bisschen langsam Alexa wer ist Traitor ohja ich weiß nicht wer Traitor ist hey 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 und wer von euch fragt Cortana Pffh Cortana wo sind die Halowen Cortana der hab ich ausgeschlagen ähh wer schießt hier oh 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 wo ist irgendwas da Ach ja aber der spielt nur der so auf dem Boden der provokated hier ich gehe mein haus ich gehe in mein haus hier wurde eine feuergranate geschnitten hier ist eine treppe an der seite hier auf der seite wo ich stehe ist eine treppe ach das ist eine leiter das ist die traitor leiter die kann nur den traitor aktivieren achtung da oben ist übrigens ein trader faller kommt so ein laser bringt euch alle jetzt um den machst du jetzt an das war ich das war ich dafür kriegst du einen strafschuss ich stehe hier darfst ihn einmal mit der crowbar macht mehr schaden als die glöcke der darf schon dass der disco hochgegangen das war gleich eine party aufhören mit diesem was hast du dagegen machen wir meinen ohrwurm wir singen jetzt alle im korps und dann die treter denn von der schweizerdeutsch aufsehen ja wenn ihr noch was wir sagen das für ein anfall ist jetzt aber mal ein stück nicht mehr verdächtigt und ich bin hier runter gelaufen natürlich ja komm 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 1 gegen 1 hier auf der straße kommt ich bin aus hartem metall gemacht hier kommt ja nicht die flotte ist nichts ich werde geschossen von woher ist das denn da machst du ausgleichen halten es kann es ja mal ab wie ich weiße stotflinte scheiße ich hab nicht die weiße die gelegenheit dass die an jemanden rankommt oder das irgendwie zwei in drei meter entfernung stehen und dann macht die keinen headshot mit einem schuss ich bin aus hartem metall gemacht man kann schon rumlaufen ich wollte ganz unauffällig am vorbeigehen weißt du und einfach ja ganz aufhörige schrufe naja es hat aber gerade auch keiner hingeguckt ja aber wir haben es gehört und dann wurde halt uhr geschrien und dann ja dabei derjenige nicht umgefallen ist ja das stimmt es war halt johann fand ich um wenn johann umgefallen wäre dann nächstes mal rektor licht ein bisschen rektor ein bisschen das gibt jetzt aber kein hat sich auch immer noch ich habe mich angeschossen ja ich weiß sie haben keine dinge die haben keine textur war guck mal was ich kann und jetzt gibt es warte wird man die waffe weg ich bin hier also am eigenen zu tiefgarage dort ist auch schei und die sind alle hier guck mal ich schieße eine pistol in den kopf 1 2 3 4 komm mir schon komm mir schon das blut ist wahrscheinlich für den blöden fehlschuss da sind wir nicht irgendwie 6 ja ja ich bin ja schon da also hier bei der anzahl hier oben jemanden sauber zu killen und dann nicht aufzufallen ist schwer ich gehe jetzt ich gehe jetzt runter und ich hoffe der traitor folgt mir macht mir jemand den traiter okay das heißt der traiter ist immer noch oben wurde beschossen von oben ich habe ich habe hier den ich habe hier den damien hier unten ja der war gerade bei mir warte mal wie viele sind jetzt tot zwei oder drei ja mörb liegt hier und scheinen ok ok gestorben einer von beiden also mörb durch hotgang wo ist jojo bin hier einer von euch drei muss es sein sniper sniper warte lucia wurde von der sniper gekillt ja und ich wurde auch von der sniper beschossen ich bin hier ich habe eine shotgun in der hand bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib da hinten aber der traitor der kann ja auch eine extra waffe haben habe ich einfach nicht ein holzrit, magneto, shotgun, pistol, krober hoch AWP hoppala wo kommt die denn her was war das denn da oben was hast du da fallen lassen ja ich habe die weiße genommen aber ich glaube die ist doch nicht so gut was aber noch was ne ne ich habe nur die shotguns gewechselt kurz aber wo ist dann die andere shotgun die du gewechselt hast die ist nach unten gerutscht ja 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 wer war das jetzt jojo ich habe gesprayt tschuldigung das verboten bin jetzt gerade echt nicht sicher wer das jetzt ist also ich bin von unten gekommen und oher kam mir entgegen genauso wie aber ich habe ja auch schon schaden genommen genauso wie der wie der damien die also damien kam mir entgegen und danach direkt oher also bin ich ich merke schon klar komm her headshot erlede ich die runde ich darf euch eingeben ne wird dir ist er denn wo seid ihr denn hin wo ist denn hier wo ist denn hier und oben wieder raus also wenn es ein Uri wäre wäre ich jetzt schon mindestens zweimal tot gewesen ja wenn du es wärst wäre ich auch schon ein paar mal tot gewesen weil wir sind jetzt hier alleine am eingang da hinten rennt jemand ah da hinten rennt irgendwer da ist Van Uri und wer ist der das heißt das ist der ist der Damien das konnte ich jetzt gar nicht sehen hast du hier den Namen gesehen ja ja ich hab den Namen gesehen du musst halt schon genau drauf schauen auf die Person hier ist auch der jo wo ach da ja der tauchte hinter uns auf war die ganze Zeit im trailer shop oder war es hier ja ja natürlich seine 5000 jo ist es ja sag mal wie lange könnt ihr eigentlich noch reden wenn ihr tot seid hammer naja das ist halt ein Reflex wenn du beschossen wirst also tut mir leid aber äh Moment jetzt bin ich aber hart verwirrt weil ich ich wurde von Damien getötet ja du wurdest von mir getötet weil ähm mit der Begründung Luzian ist vor meinen Augen gestorben ich bin um die Ecke rannt und du standst halt direkt vor mir deswegen hab ich halt gedacht ich wollte die Leiche checken ja sorry aber das war das war so ein Reflex das ging nicht anders oh mimi das ging nicht anders doch du kamst halt direkt um die Ecke ich bin halt runter gegangen um zu schauen wo der Traitor ist was hab denn noch ey ich war die ganze Zeit davon überzeugt dass du das bist und ich schüttel dir die ganze Zeit den Kopf und frag mich warum kommen die Leute nicht drauf dass sie endlich dich abknallen ja vor allem aber ich der Beste mach mir den Traitor ich wollte sagen mach mir den Traitor oh man oh man ey da fällt einem echt nix mehr ein hallo Jai hallo Jai huah ach du bist mit einer Disco-Vanori hier ja ich wer sonst da kommt auch noch der O'Hare und der Jo ist auch noch dahinten ich muss noch ein bisschen Munition für meine Traitor-Runde jetzt sammeln ich zünde jetzt mal den Krankenwagen an ich bin Pum 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 Ah schießt jemand so hier in der Mitte liegen noch einmal die ganzen weg liegen noch einmal die ganzen Smokegranaten rum warum sind die weg hier wird geschossen ja oh jai oh 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 ja ja klar geht's dann dies ist ja witzig ah keine Granaten mehr für mich ich weiß nicht was los ist aha verdient jai aber die Runde war ja zum beispiel noch nie Traitor und jetzt bin ich Traitor oh es ist natürlich eine gute Ansage um jetzt äh hab ich ihnen nur gesagt Jost jaja jaja ich hab ihnen nur gesagt ok hab ich nicht verstanden ich habe nur Traitor gehört ich hab nur Traitor gehört aus deinen Mond ja also ein Traitor ja 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 Äh, ich bin Traitor. Oh, Anuri, ich bin Traitor. What the fuck? Oh. Was ist das denn jetzt? Okay. Das, das kam von unten, wie es aussah. Lol, ne, die hier ist in Eli abgestützt, guck mal. Wie kann man das denn machen? Geil, oh. Okay. Das ist ne Traitor-Fallik. Unten, unten hat jemand auf jeden Fall das Licht ausgemacht. Äh, wo kann man die aber aktivieren, bitte? Die haben noch nie gesehen. Komm, das weiss doch. Ne, die hab ich echt noch nie gesehen. Ich kenn noch was alle die Falle haben. Ich weiß jetzt mal. Holy, holy Jesus. Yo, das ist Spaceshow. Alter, was ist hier los? Es geht hier ab. Wo ist Mürb? Oh, Krankenwagen. Aua. What the fuck? Mürb? Hier gibt noch irgendwas. Reaktiviert hier alle Scheiße. Alter. Ich glaub, da rastet grad jemand richtig aus. Hat jemand Mürb gesehen? Nein. Ich find das auch verdächtig. Dennoch. Ich, ich würde sagen, Mürb ist entweder Traitor oder Tod. Eins von beiden. Ich glaub, Tod. Ich vermute auch Tod. Ich auch. Im Traitor-Raum, das kann man bestimmt im Traitor-Raum auslösen. Ne, 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 das kann man nicht. Das kann man... Ne, sicher nicht. Sonst sieht man ja die Finger oben. Ich hab bisher noch keine Finger oben gesehen. Das kann man 100 pro nur im Traitor-Raum auslösen. Du hast grade eben nur Finger unten gesehen, ne? Ich war in der Runde davor Traitor. Ich sag euch. Ja, das würde ja bedeuten, dass der Mürb unten ist. Aber dann könnt ihr jetzt auch reden, weil wir ja eh wüssten, dass er Traitor ist. Kann auch einfach jemand von euch sein. Das geht natürlich auch. Solange ich keine Leiche von Mürb finde, vertraue ich niemandem. Ich bin unten. Geh mal runter. Ich bin am Eingang. Ich erschieße jetzt den, der mir zu nahe kommt. Ganz einfach. Oh, 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 oh. Hier kommt der Damien, ist auch hier unten anscheinend. Ja, ich suche den ab. Der suche ich jetzt hier unten. Ich verzieh mich da mal wieder. Viel Spaß. Das könnte aber auch. Das könnte jeder sein. Momentan gerade. Ja, das könnte auch du sein. Ich sag's ja. Das könnte jeder sein. Ich wollt's auch nur mal sagen. Naja. Es ist dunkel. Es ist dunkel unten. Da unten ist es immer dunkel. Nein, es ist dunkler als sonst unten. Warte mal. Oh, her. Warst du gerade eben hinter mir? Warte, du. War jetzt gerade nicht unten. Ich war die ganze Zeit oben. Nee, nee, nee. Nur weil hinter mir, hinter mir, hinter mir ist jemand vorbeigelaufen. Sprechen wir deutsch einen Moment. Ey. Alles gut. Nachzudenken. Also es hat bis jetzt noch keiner eine Leiche gefunden, ne? Nein, nein, nein. Weil ja, bloß der Senz Mürb wäre, er hat das wohl noch eine Minute Zeit, ne? Na, vielleicht hat er... Oh. Hier ist Mürb. Mürb ist es! Doch, Mürb. Na wo? Ja. In der Mitte. Ich seh'n. In der Mitte. Ich seh'n. Ah! Verletzt. Ich hätte gar nicht gesehen, was ihr jetzt gerade da oben gesehen habt. Alter, da... Das war echt krank. Das Problem ist, eigentlich kann man da unten mit einer Kamera gucken. Die Bomben blind gezündet hab. Hat trotzdem verwirrt worden gesagt. Ja, es hat wirklich verwirrt worden gesagt. Ja, das Problem ist aber auch immer, wir hängen viel zu sehr aufeinander drauf. Da kannst du als Traitor einfach nichts machen. Wir sollten uns ein bisschen mehr auftrennen. Oder mehr Traitor-Waffen, mit denen man auch mal aus der Entfernung was machen kann. Genau, weil, wenn alle immer zu sechs beieinander sind, du kannst einfach nichts machen. Kauft euch! Das war ich. Dann hätte ich auch zum ersten Mal so ein bisschen Zeit mir mal so ein paar Sachen anzugucken. Also so... Doch schön. In die Mitte. Genießen. Also... Über mir wird auf jeden Fall geschossen. Ja... Die Flutschie ist grad Waffen durch die Gegend. Ja, da hat der Damien hier grad immer auf den O'Hare rumgeballert. Nein, ich... Also wenn er mich getroffen hätte, er hätte ich zurückgeschossen. Dann wäre... Nein, das kann nicht aus der Richtung. Was, aus welcher Richtung? Nein! Leute... Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hallo. Ich bin grade von unten nach oben gekommen. Ich bin mir eigentlich auch relativ sicher. Ich komme schon wieder runter. Ihr habt jetzt nur die Behauptung... Hallo, Rannori? Ähm... Damien? Ja, wo bist du denn jetzt? Ja, wo war's der Einzige, der da war? Okay, woher? Ja, man könnte ja auch bestätigen, dass ich geschossen hab. Ähm... Ich bin mir ziemlich sicher, weil... Wo geht's denn in den Traitor-Raum? Wo geht... Wo? Ja, es ist Damien. Warum bin ich? Ich bin grad oben in der Mitte. Wir sind tot. Wann... Rannori ist tot. Ich war grad oben in der Mitte und da hab ich unten was kaputt gegangen. Oh, vergessen, äh... Sound auszumachen. Wer ist denn da? Schau, du kleiner Pimmelkopf. Immer ich. Immer... Wannori liegt hier. Ich glaub, O'Hare ist es. Weil O'Hare war das letzte mit denen unterwegs. Wannori... Und Dings. O'Hare... Ne, hä? Fake-Leiche vielleicht? Lutzian, aber ich glaub, es ist Luzian. Fake-Leiche. Luzian benutzt hier. Der lächelt bestimmt gerade. Luzian benutzt hier die Gauss-Riffel. Ja, da kommt der Helicopter und da... Alles klar. Alles klar. So, nur zur Wüste. Dein Mund. Wann? Jawohl, Mörp redet gar nicht. Hm. Das wird jetzt... schwierig. Ich glaub trotzdem Luzian ist es. Wann O'Hare liegt hier unten? Ach du Scheiße, ey. Der RPG, ey. Das muss immer nur ne RPG gewesen sein. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Luzian, Luzian ist es. Naja, komm. Wir sind schon alle tot. Der, der mich aimen kann, der ist es. Wir sind schon alle tot, weißt? Ach. Achso, okay. Scheiße. Boah Gott. Sorry, dass ich dich beschuldigt hab, aber... Ich war mir auch ziemlich sicher. Der kam wirklich aus der Richtung. Ja, wer... Wer ist es gewesen? Wer ist gestorben? Wer? Chai war's. Chai war's. Hm. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.